hallo zurück bei portal knights sind leider bin ich die letzte zeit nicht wirklich dazu gekommen hier mal eine neue folge aufzunehmen wenn wir heute mal ändern immer wieder orientieren was war denn da haben wir unser portal unser steinchen und hier haben unser häuschen da haben wir ja beim letzten mal unseren garten hübsch gemacht gucke an sieht das nicht hübsch aus hier was ist denn hier ist ja gar nicht gewachsen das waren die bärenbüsche oder wenn ich mich hier erinnere das weizen ist das richtig ja also alles ist gewachsen außer die bären was war das hier hinten kürbis hat man glaube ich auch noch irgendwann gepflanzt waren mir die andere immer wieder hier und alles gewöhnt f zum öffnen zum öffnen interessant sehr schön was machen wir denn wir wollen wir wollten hier auf jeden fall mal noch zwei etage draufzimmern und dann mal irgendwann hier eine borg hinbauen eisen wollte man fahren genau warte wir wollten ja es ist denn wir brauchen ja hier überall eisenbahnen ich kriege ich denn jetzt hier eisenbahnen wie war denn das verschreckt noch gleich geht vielleicht einfach so noch mal kurz reingucken sollen das müsst ihr eigentlich eigentlich in unserem tollen schmelzofen geschehen so zum aufen wir ach genau obsidian block na sehr schön steht aber auch nirgendswo da wo mich denn herkriege jetzt man würde ich einfach mal behaupten wir rein oh was ist denn da los knochenbande was haben wir denn da schaden von knochen haben die insel besetzt vertreibe sie nee jetzt nicht ich will obsidian haben das ist halt jetzt die sache kriegen wir das einfach so überall wenn man tief genug kram oder gucken wir an der palmenbucht ach ja immer hier jetzt haben sie einen schönen ladebalken hier unten ist das nicht herrlich das wissen wir wenigstens was steht da irgendwas kann man was entziffern hinten sieht aus wie eine 9 das könnte ein s sein das heißt bestimmt anließe pixel ganz sicher warte ich das jetzt abbaue das war ja der ganz normale basalstein genau das heißt da steht jemand wollen wir mal hingehen los komm wir gucken mal hallo bist du nett ich bin der doktor man mir sind alle tränke ausgegangen man was bin ich denn ohne sie man schnapp dir alle tränke die du kriegen kannst man ja okay jetzt kommt noch selber okay ich dachte wir kriegen einen tollen auftrag von denen wir sind jetzt alle tränke schnappen interessiert uns jetzt erstmal weniger würde ich jetzt einfach mal so sagen ja genau hier waren die riesen schildkröten wir hatten jedoch irgendwo ging es doch auch tiefer runter hatten wir da nicht irgendwo obsidian das ist auch bloß wieder basalstein ja 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 stimmt es ging immer nur zwei hohe genau wo will ich denn überhaupt hin nee will ich nicht hier will ich doch gar nicht lang ich hätte gern irgendwo mal ein portal gesehen da oben nee also die geschildkröte also ich würde einfach mal schätzen für obsidian einfach aus erfahrung von anderen spielen muss man einfach tief graben aber da ja hier die ich da rüber komm ich denn da jetzt rüber muss ich da lang warte 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 wir haben ja hier noch tolle steinchen wo war ich denn jetzt ach so wie seht was bei dem spiel ist hier dann doch etwas anders hier rüber einfach passiert wenn ich jetzt warte mal das ist ein lila schleim oh gott ach stirb nicht doch alles äh komm hier okay cool war ja easy ach du jemini naja wenigstens kann man das so bauen ich sehe noch nichts immer schritt für schritt ganz vorsichtig ich kenne mich bei sowas ich fall immer gerne runter siehste ich fall immer gerne runter das ist nicht so gut sollte man glaube ich in den meisten fällen vermeiden wobei ich aber auch schon viel durch irgendwelches ich außer sehen irgendwo runter gefahren bin habe ich schon viele tolle sachen gefunden ne ich will das hier ran ja geht doch okay wir haben es geschafft müssen wir nach und nach wieder zurückkommen kann ich hier irgendwas nö oh was schwimmt hier mit was ist denn jetzt hier schwimmt der gar nicht bin ich beim letzten mal geschwommen oh gott du dummer magier saurier oh aua stirb stop ich hab mal diese tollen schuppen na warte ah hopp hopp hallo und da jemand hallo ich sehe gar nichts jetzt das wollte ich jetzt gar nicht machen ich wollte hier mal ein bisschen das zeug abbauen gold braucht mehr stimmen wir wollten ja hoch wir wollten ja auch mal noch ein haustier kaufen diese lustige eule wollte ich haben ach jeje wir haben eigentlich so viel zu tun obju so das soll kann ich die hälfte nicht einsammeln das ist doch doof so den kann ich jetzt nein nein machen wir langsam so mächtiger mana trank aber jetzt finde ich hier nicht mehr raus wo war denn jetzt hier der ausgang äh haben wir eine fackel dabei ne kerze na das machen wir so ok aber ich hätte vielleicht erstmal mein toll wow wow wo ist denn hier der ausgang sag mal bin ich blöde warte wir haben ja hier noch diesen tollen Bohrer im Gepäck nee wir bohren uns hier einfach mal durch bis wir hier rauskommen irgendwann jawoll hm ohje jetzt höre doch mal auf meine Güte äh renn kleiner renn vorbei ohje ohje das war nicht so gut lass mich durch ha kommst du hier hoch? kommst du hier hoch ich will doch einfach nur mann cosmisch doch mal hallo komm ich ja gar nicht rein? ach hier hm 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 Ich seh' nichts und ich hab' keine Fackel mitgebracht. Ich da mal runter? Na du. Sehr schön. Ja gut, ähm, hm. Wir müssten halt mal irgendwo ein Portal hier finden. Das müsste ja rein theoretisch auch hier sein. Auch dann diese gelben Portalsteine. Da haben wir ja jetzt ja ein paar, oder? Ach du, hier ist alles kaputt. Ach Kinder, das war ja jetzt hier nichts, ne? Gehen wir einfach mal zurück. Legen erstmal die ganzen Schrimmens ab und basteln uns mal ne neue Axt zumindest. Brauchen wir noch irgendwas? Außer die Axt? Vielleicht noch ne Kampf-Axt? Hm. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Hallo zu Hause. Ich hätte gerne eine neue Axt. Oh yeah. Haben wir überhaupt noch? Ja, 24 Holz. Das müsste ja reichen, oder? Keine Ahnung mehr wie viel hier das kostet. Hallo. Mh, die Axt. Mach ich die am... Am Bus? Ne, Werkbank. Okay. Nanu. So, wir brauchen Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Das hatten wir hier vorne, oder? Ne, hatten wir nicht. Haben wir es noch mit? Ne, haben wir auch nicht. Haben wir keinen Kupfer mehr? Ja. Ah, ich bin hier wieder bestens vorbereitet. Bestens. Hm, roter Ziegelblock. Sieht doch interessant aus. Eisenbrand, da ist es doch. Achso. Also wir brauchen... Fünf Eisenerz. Machen wir hier ein paar Kupferbahnen. Wir brauchen mal wieder welche. Huch, zwölf Stück nur? Okay. In der Zeit können wir hier erstmal... So, da war Baumaterial. Rein damit. Das braucht ja jetzt keiner hier. Äh, dit und dit und dit. Komm, das hauen wir hier auch mal rein. Ah ja, genau, hier unten. Oh, was? Sind wir voll? Ne. Ah, das sieht doch schon ordentlich aus. Dann haben wir hier Metalle und Edelsteine und so einen Quark. Und Kohle wollten wir hier auch mit reinhauen. Hier was veredeltes. Dü, 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 dü. Haben wir auch noch einen veredelten. Okay. Dann hatten wir hier... Hatten wir... Genau. Tränke und Nahrung und sowas. Hm. Hoffentlich passt da jetzt hier noch alles rein, was ich hab. Objum. Anscheinend nicht. Auch schön. Gelbe Portal. Du, 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 du. Feuergeist. Nein. Feinfucht. Nein. Warum auch? Nein, das auch nicht. Mann. Kann ich das jetzt hier? Bitte. Äh. Sechs. Yay. Neues Rezept. Hm. Falscher Knopf. So. Genau. Und dann können wir nämlich hier noch ein bisschen... Nein, können wir nicht. Auch schön. Gib mir mal die... Da einen Mana-Tank her. Dann kriegst du das da noch mal rein. Jawoll. Du passt auch noch. Ne. Ne. Uh. Ich glaub, wir brauchen mal noch ein, zwei Kisten hier. Wo haben wir denn hier am Holz? Hallo. Hallo, Werkbank. Ich hätte gerne noch ein paar Truhen. Werkbank 2, Truhe 2. Uh, krass. Äh. Och. Komm. Ernsthaft. Das haben wir doch gerade alles verballert. Naja, für eine Truhe reicht's noch. Ja. Okay. Sehr schön. Äh. Da kommt das Holz wieder rein. Die Truhe würde ich gerne mitnehmen. Und... Kann ich die hier irgendwo? Ne, wa? Hm. Schade. Schade. Na, jetzt wird die halt da hin. Ja. So. Ah, was packen wir denn jetzt hier? Wir packen mal Schremmenszeug. Zack, zack, zack. Ihr Knochen rein da. Die graue Ratte auch rein. Baumwollstoff. Und das, die Gelbportalsteine behalten wir. Pilzzeug kommt da rein erst mal. Hm. Ich hab immer noch nicht nachgeschaut, wie das geht mit dem... Ha. Mit dem tollen... Achso. Wir brauchen ja eh hier. Warte mal. Müssen wir das Holz gleich wieder abholen hier. Wir müssen doch noch... eine Axt machen. Eine Holzfäller-Axt wollte ich... erstellen. Machen wir auch gleich noch eine Spitzhacke hinterher. Ja. Geht ja fix, ne? Okay. Dann kommt das Holz hier wieder rein. Och je. Das da rein. Sehr schön. Und jetzt sind wir bereit, um nochmal zurück zu gehen. Juhu. Darauf haben sich doch jetzt alle gefreut. Reise. Auf den tollen Ladebildschirm. Ach, da freu ich mich immer am meisten an dem Spiel. Wuuu. Ah, das ist ja schon cool gemacht. Sieht man ganz... Ah, guck mal. Nehme ich da. Äh. Ich will mich bewegen. Der Ladetropfen hier. Uh. Palmbucht... Stufe 10. Jetzt ist halt die Sache... Wo... Ist hier ein Portal? Hallo. Ich suche ein Portal. Hoppala. Da ist noch eins. Wollen wir uns... Ja, das sind drei... Nochmal. Was wollen wir denn... Brauchen? Wir müssen einen davon weglocken, irgendwie. Ey, ey. Ey, du da. Hm. Wollen wir es einfach... Komm, wir versuchen es mal. Los. Nein, nicht die Schildkröte. Erstmal der hier. Okay, der ist weg. Sehr schön. Hoppa. Aua. Jawoll. Dann haben wir den. Huch. War das nicht gerade noch eine Schildkröte? Hä? Ey, ich hab doch gerade einen Trang genommen. Das ist unfair. Och, Mann. Na komm, die hauen wir jetzt noch weg hier. Kann doch nicht angehen. Hoppala. Ah, das war doch jetzt unfair. Ich hab doch gerade den Trang genommen. Hätte aber sogar schon blub gemacht. Das ist jetzt ärgerlich natürlich. So. Du Arschi. Oh, nach Stufenaufstieg. Cool. Hey, 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 hey. Oah. Ist das Geld da unten? Nein, das war ein EP. Hm, 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 hm. Coole Sache. Dann schauen wir mal, wie teuer waren denn jetzt hier eigentlich die... Die Portalstelle waren ja jetzt schon recht teuer, oder? Die gelben? Ja, drei für einen. Naja. Naja, naja, naja. Aber dafür haben wir hier wieder drei Punkte. Wir hauen mal Ausdauer hoch. Das muss ich mir aushalten. Uh, und ein neues Talent. Regeneriert fünf Leben, nachdem ein Gegner besiegt wurde. Mhm. Hm. Wenn Schaden dich auf geringe Gesundheit bringt, wird deine Rüstung für 10 Sekunden drastisch erhöht. Kann nur alle 90 Sekunden auftreten. Ist halt die Sache. Kämpfen wir eher gegen größere Gruppen? Dass sich das lohnen würde? Oder, hm. Wir machen mal das hier. Da haben wir nämlich auch was von, wenn wir mal gegen einzelne kämpfen. Das ist hier auch der... Ich seh das hier im Dunkeln nicht richtig. Das war aber der normale Basaltstein, wa? Ja. Ähm. Was ist hier? Oh, da ist eine... Oh, 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 oh. Ich hab jetzt gar nicht so viel Zeug hier mit, um da da ranzukommen. Warte mal. Giorno! Wir müssen dem leider den Kopf weghauen, dieser Figur hier. Äh. So, noch einen. Sehr schön. Warte. Hm? Warte mal. Du musst doch hier... Ne, doch war ich doch richtig. Hier wollte ich... Was ist das? Basalt und das ist Ruinsteinblock. Okay. Ähm. Die sechs. Poff. Die eins. Poff. Die eins. Hui. Naja, Baumwolle, Kupfererz und ne Schuppe. Dass sich das jetzt so gelohnt hat. Wage ich zu bezweifeln. Ich wusste es. So, jetzt hängen wir hier unten fest, oder wie? Jetzt lass mich doch da mal hoch, bitte. Warte. Das da. Genau. Dann würde ich nämlich den da hinten... Ah, da sind auch wieder drei. Hm. Ah komm, wir sind Level ab jetzt. Die Klöppe war kaputt. Aber wen zuerst der Schatten. Ja, ja. Komm her. Komm her. Noch ein Stückchen. Ja, sehr schön. Aua. Erstmal die Weichenziele hier. Neutralisieren. Aua. Aua. Müssen wir wieder mit dem Taktik spielen hier. Aua. Jetzt roll doch weg. Aua, Junge. Oh, was macht er? Nein! Er verliert ständig Gold. Ah, das ist doch langsam ein bisschen ärgerlich. Ich glaub, wir sind noch nicht gut genug für hier. Also. Vielleicht gut genug ausgerüstet. Ich glaub, ich bin noch nicht gut genug für hier. Neh. Krieg mal hin. So, komm mal her. Du kleine Echse, du. Zeig ich dir mal, was hier... Was es bedeutet, sich mit mir anzulegen. Jetzt roll doch weg. Ja, sehr schön. Einmal schlagen. Ah, nein, 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 nein. Wir dürfen nicht uns schlagen lassen. Ah, sehr schön. Na, da machen wir jetzt nix. Komm her. Jawoll. So geht das doch. Immer noch Gold liegen. Mhm, 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 mhm. Ja, mal wieder für einen. Bäh. Das ist ein bisserl langwierig, muss ich mal sagen. Wo wir die Echsen kaputt hauen müssen. Die riesen Schildkröten. Was haben wir denn da? Kannst du mir mal kurz... Warte. Wir haben die Axt gar nicht hier reingepackt. Unsere wunderschöne Schnellwahlleiste. Und dann packen wir die Fackel hier rein. Hehehe. Hallo. Was ist denn hier los? Warum ist denn hier ein Leuchteblock? Was ist denn da? Eine alte Ruine. Wo komme ich da rüber? Ich glaube, das wäre nicht so clever, wenn ich hier versuche, an der Seite lang zu hüpfen. Oh, ein Skelett. Hallo? Bist du feindlich, oder...? Oh ja. Kann doch nicht sein. Wollte nur mal gucken. Ist halt die Sache. Soll ich jetzt die ganzen Dinger hier einsammeln? Der hat da was von Tränken gefaselt. Puff. Äh, da wollte ich jetzt eigentlich nicht runter. Bleib, glaube ich, mal lieber hier. Das nehmen wir noch mit. Puff. Oh, die sind hier kaputt gehauen. So, was haben wir denn hier unten noch weiter? Das zieht doch... Das zieht doch... Ne, das ist Erde, oder? Ja. Oder kann ich irgendwo durchfallen? Da muss ich aufpassen. Oh, eine neue Fackel. Ist hier irgendwas Schönes? Oh je! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ja... Das ist ja gemein hier. Schweinerei! Du musst aufpassen hier. Hm. Leider nichts drinne. Schade. Warte. Hätte mich doch denn jetzt sehr gefreut, wenn wir denn hier was tolles gefunden hätten. Ich überleg grad auch mal einfach ein bisschen ein paar Bäumchen abbauen, ob sich das lohnt. So, warte, wir sind... Äh, da oben war irgendwo das Portal. Wenn ich... Teleportieren wir uns einfach hin und her. Und dann sind wir hier auch wieder. Hallo! Schildkröter! Oh! Hm. War der jetzt einfach nochmal so geschossen, oder wie? Wollen wir uns hier einfach mal reinbuddeln und gucken mal, was passiert. Sollten wir ja eigentlich ein bisschen was kriegen, oder? Mit Steine brauchen wir so oder so. Ah, das ist da ein... Also... Machen wir mal schauen, ob das schneller geht, ja wohl. Naja, gut. Einen hat man bis jetzt, das andere war ja bloß Erfahrungspunkte. Hm. Was kann man denn hier eigentlich? Palmplot? Das war jetzt auch nicht so das wahre, wa? Fällen wir mal ne Palme? Fällen wir mal ne Palme? Fällen wir mal ne Palme? Ist ja jetzt nicht alles so toll, ne? Dann müssen wir mal gucken. Hallo! Was soll wir hier Schönes haben? Eine große Höhle! Ja, ich wusste es. Fail! Hm, nein, Trank würde ich nicht nehmen. Wollten wir hier mal schnell... hochbuddeln. Und... Na du! Will ich da reinhüpfen? Na komm! Dummfes Grollen! Wo sind wir jetzt hier gelandet? Hm. Was ist denn das hier? überhaupt. Das sieht aus wie... Erde? Ja, ein Erntblock, das ist ja Quatsch. Das ist ja richtig Quatsch. Voll fancy aus, ob es irgendwas cooles Neues ist. Dann... Erde. Ist aber auch nirgends so? Das ist doch kacke. Ach, ich kann mich heute nur aufregen in der Folge. Wir bauen uns hier einfach hoch. Zap! 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 Ja... Das ist ein bisschen kacke halt, dass... dass das immer drei sind, die auf einem Haufen rumgelucken hier von denen. Wenn es mal immer nur einer wäre oder zwei... Könnte man die wenigstens... Hallo! Wieder mal da hoch. Mensch! Das hab dich doch nicht so! Könnte man... Ah, hier war das nicht da, wo wir uns rüber gebaut haben vorne? Genau. Ich wollte jetzt aber mal hier rüber. Zu den netten Herrschaften dort. Hallo! 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 Boah! Boom! Oh! Ne Male! Zack! Okay. Oh 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 oh! Stirb! Okay. Na. Gib mir mal hier. Ich brauch diese... Nee, Giftmale brauche ich nicht. Ich brauche Portalsteine. Mensch. Naja, ich springe auch noch genau das Ding rein. Okay. Na, da war doch ein Portalsteinfragment gedönst drin. Die haben neue Rezepte bekommen. Seelenernterobe. Krass, was ist denn das? Ja, was ist denn das? Stiefel, naja. Zipfelverschleierte Jacke, okay. Wir lernen einfach mal alle so. Jetzt einfach mal behaupten. Schon gelernt. Okay. Dann können wir die zwei wieder zurück. Wir haben sechs Stück, können wir nochmal zwei machen hier. Fehlen uns noch sechs so eine Fragmente, dann können wir das nächste Portal fertig bauen. Das klingt doch schon mal erst mal nicht schlecht, würde ich meinen. Wenn wir jetzt hier... Ah. Ha. Dann holen wir uns die wieder da runter. So, die sieben. bauen wir uns halt hier hoch. Ich hab halt keine Erntblöcke mehr. So. Haben wir uns gegen die versuchen da? Ja, es ist halt wie so eine riesige Schildkröte dabei. Oh, da unten war so ein Blob noch. Komm, wir holen uns den Blob da unten und dann gehen wir einfach mal... Hallo. Wir könnten ja auch... Ich glaub, in den letzten Welten hatten wir doch auch schon gelbe Brutalsteine bekommen, oder? Komm, wir gehen mal ganz kurz. Ist ja jetzt die Folge eh um. Kämpfen einfach in der nächsten Folge mal in anderen Welten weiter. Hier zum Beispiel. Tschüss.